Hallo, mein Name ist Johannes Beesner. Ich wirtschafte mit meiner Familie in Oberstadt von Allgäu auf knapp 1000 Meter Höhe im Bergbauernbetrieb. Wir merken 50 Kühe plus Nachzucht. Wir verarbeiten die ganze Milch selbst zu Käse. Der Leistungsschnitt der letzten Jahre beträgt knapp 10.000 Liter mit 4% Fett und 3,70% Eiweiß. Die Braumfimilch hat einen höheren Eiweißgehalt und einen hohen Anteil an Capacassi in BW. Dadurch erhöht sich die Käseausbeute und für unseren Betrieb die Wertschöpfung. Der hohe Eiweißgehalt der Milch unserer Braumfimilch ermöglicht uns eine überdurchschnittliche Ausbeute bei der Käseherstellung.